Das ist Herr Krause. Herr Krause sucht das Glück. Und sein Zahnarzt hat ihm erzählt, dass Golfspielen sehr glücklich machen kann. Also hat Herr Krause ein kleines Vermögen in seine Golfkarriere investiert. Von der richtigen Kleidung bis zum Golf-Crash-Kurs. Und Herr Krause hat sogar richtiges Talent. Was für ein Schlag! Allerdings in die falsche Richtung, denn der Ball landet in einer Gegend, die nicht mehr zum Golfplatz gehört. Hier hat jemand anderes das Hausrecht. Und dieser jemand ist sehr humorlos. Davon hat ihm sein Zahnarzt leider nichts erzählt. Tja, wieder nicht das Glück gefunden, Herr Krause. Nächste Folge von Herr Krause sucht das Glück. Herr Krause macht Bodybuilding.